Sooo, damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Devil May Cry 3. Wir haben wieder den Weg raus aus dieser komischen, sagen wir, Höhle gefunden. Und guck mal nach, was hier auf uns zukommt. Außer der Frage, wer läuft bei seinen Schlengenlinien. Hm, nicht so richtig viel, aber okay, da kann ich mit leben. Hier gibt's sicher wieder Spinnen, wie auch Tritante. Wär so cool, wenn's hier jetzt mal eine Erinnerung gäbe. Okay. Okay. Schöne! Schöne! Ich habe keine Ahnung, wie ich das mit den Mischwerten gerade gemacht habe. Ich habe keine Ahnung, wie ich das mit den Mischwerten habe. Ich habe keine Ahnung, wie ich das mit den Mischwerten habe. Ich habe keine Ahnung, wie ich das mit den Mischwerten habe. Ich habe keine Ahnung, wie ich das mit den Mischwerten habe. Ich habe keine Ahnung, wie ich das mit den Mischwerten habe. Ich habe keine Ahnung, wie ich das mit den Mischwerten habe. Ich habe keine Ahnung, wie ich das mit den Mischwerten habe. Ich habe keine Ahnung, wie ich das mit den Mischwerten habe. Ich habe keine Ahnung, wie ich das mit den Mischwerten habe. Ich habe keine Ahnung, wie ich das mit den Mischwerten habe. Ich habe keine Ahnung, wie ich das mit den Mischwerten habe. Ich habe den Kampf nicht wirklich gut gefunden, glaube ich. Also, mit Dante hat er mehr Spaß. Okay, wir waren auf easy, muss ich zugeben. Aber trotzdem, wir haben halt wenig, bis keine Auswahl in den Techniken gehabt, weil wir ab einer Schusswaffe wirklich gebunden sind. Und die geringe Zeit, die wir in der Luft verbringen können, die werden wir auch nicht mehr. Dafür sind unsere Schwerter schön stark. Zumindest in diesem Modus. Meine große Hoffnung ist ja, dass sie gegen Ende noch was Neues reinbringen. Ja, ja, genau. Einfach, weil am Ende Virgil umschwenkt. Also, da ist er nicht mehr auf der Seite von Ladies Vater. Man muss sich da durchkämpfen. Ja. 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 Dann lass mal weitergehen. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, war so klar 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 Ja, naja, naja, naja Ja, ja, vielleicht Achtereich? Ah, dann. Achtereich? Ich glaube, es werden noch mehr Gegner aufzauern. Ja gut, aber mit diesem sagen wir interessanten Ergebnis würde ich dann mal sagen, machen wir hier endlich. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dahin. Tschüüüüüü.